Wir sind zurück. Aktuell im Sommer. Oh, neue Nachricht. Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Ich würde jetzt mal vielleicht auf Mashory verfolgen gehen und gucken. Ich denke, es kommt sowieso an. Vielleicht sieht man da ja... Wir wollten hier ja diesen Hintergrund machen, aber es scheint auch nur gerade am Lebensmittel an einem zweiten. Ich gucke mal schnell den Jäger. Ein paar haben wir noch. Okay, die sammeln schon. Die haben auch Früchte da. Eigentlich müsste es passen. Wir haben auch beides. Okay, vielleicht müssen wir noch ein bisschen abwarten und die holen sich dann was. Brennstoff sieht eigentlich auch gut aus. Naja, Problem ist, die können nicht aufwerten, aber die haben halt keine Hinterhöfe. Wir machen die einfach neu. Gucken wir mal. Jetzt haben wir natürlich Obdachlosigkeit, aber okay. Es ist zum Glück nicht Winter. Wie das ja aussieht. Völlig wild. Verwuchert. Ah, ja. Genau. Was ich euch noch zeigen wollte, ich glaube, ich hatte das in der Folge drin, die ich ja löschen musste. Grunde der Mikrofon Probleme. Wir gehen mal flanieren. Und das ist, ich finde es der Hammer. Guckt euch das alles mal an. Man kann ja einfach durch die City rennen, hier auf den Wegen, diese Pfützen. Ich finde es der absolute Hammer. Brunnen. Wunderschön. Geht gerade immer nach Hause. Und dann die Wiese überall noch mit den Blumen. Da ist die Kirche. Ich finde es der Wahnsinn. Ein Trümchen. Auch hier Richtung Wald, ey. Wie gern würde ich da jetzt einfach wandern gehen. Richtig nice. Und der Ochse. Wie gut ist das gemacht? Richtig gut. Gucken wir mal. Ja, die Holzdinger sind immer noch nicht weg. Dann kann ich da auch gerade noch nicht neu bauen. Ist ein bisschen doof. Immer noch einmal eine Siege, oder? Also, das ist ein bisschen da. Okay, der Platz ist schon da. Die Wand sind bis zur zweite, der auch frei ist. Da kann man zwei auf einmal bauen. Okay, nee. So sind es drei Häuser. Das ist doof. Wie stelle ich das nochmal um? Ah, so. Ist das zu kurz hinten? Hm. Da kann man es wechseln, okay. Aber ich finde es ein bisschen kurz. Ja, so finde ich es besser. Wenn wir das jetzt endlich aufwerten, können wir mal schauen dann, was wir mit der Schmiede machen. Oh, hier wird geerntet. Wir haben Herbst. Hab ich da genug Leute drin? Jawohl, richtig voll. Gut. Als nächstes müsste es hier in den Weinschutzofen kommen. Da können wir ja schon mal einen reinsetzen. Oder Moment. Ist falsch. Wir brauchen erst eine Mühle. Also von der Logik her müsste er erst eine Mühle gucken. Jetzt muss ich mir vor, lieber zu bauen. Also die Ernte geht relativ fix. Noch jemand rausnehmen. Und das, die Ernte wird auch schon eingebracht. Das passt. Nicht krachen. Ja, wir müssen im Herbst halt auch noch pflügen und aussehen. Das wird schon ein bisschen dauern noch. Mühle geht noch nichts los. Oh. Hatt ich schon eins. Ähm. Ich glaube, ich würde hier auf Stufe eins bleiben, weil von der Größe her macht es gleich mehr Sinn von der Hofstätte hin. Also bei den Karotten steht dabei, dass man, ja genau, dass man das von der Größe abhängt. Bei den anderen nicht. Komisch. So. Eigentlich müsste es beim Apfelgaben ja auch so sein. Bei Grotten auf jeden Fall. Und bei den ganzen hinten eigentlich ja nicht. Nö. Oh, ich muss den kurz unterbrechen. Ich bin da so unzufrieden hier. Brennstoff fehlt. Aber ich hab doch... Das ist locker. Das reicht locker. Wenn man auf dem Markt was spinnt. Brennvollstand. Fünf. Das ist zu wenig. Brauche ich mehr, die den auf dem Markt transportieren? Das ist alles im Lager. Okay. Wir machen den zweiten Lagermitarbeiter. Vielleicht kann der das dann schneller hinbringen. Okay. Da sind wir mit der Ernte eigentlich fertig, oder? Ja, genau. Wird er wieder gehackt und gesät danach. Das ist noch im Bau. Gut. Noch eins wird groß im Hinterhof. Ich glaube, ich würde bei einem tatsächlich nochmal auf Runden gehen. Bei einem... Hühner fehlen halt noch. Da gibt's Eier. Da gibt's Eier. Hm. Ich geh mal auf die Schweden, ne? Komm. Baut schneller. Ich will mir die Spiene anschauen. Ah. Okay. Jetzt. Da sind die Schilde. Entschuldigung. Die braucht man glaube ich erst später für die Fortgeschrittenen dieses Kettenzeug. Sicherheitshalber nachgucken. Ja, das Schwertensschild ist da unten. Also ich habe das hier noch nicht ganz verstanden mit dem Militär. Ja. Wir probieren's jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt hier auf. Eine Reihe. Da hinten war ja der Schmiede. Müsst ja eigentlich passen. Und die Hühner. Oh. Zwei Ziegen. Haha. Ich würde hier glaube ich auch noch auf Gerotten gehen. Einfach wegen der Größe. Ja. Das sieht doch gut aus. Dann müsste doch die Nahrung erstmal gesichert sein. Da sind sie noch dabei. Die Mühle macht aber immer noch nix. Weizen ist verfügbar. Müssen die das erst reschen? Weil die Leute machen nämlich nichts hier. Ja, das ist das Weizenfeld. Mühle. Korn zum... Ah, Moment Korn. Also müssen ist das Dreschen. Wo wird getroschen? So, ich musste noch mal kurz unterbrechen. Ähm, wir waren beim Dreschen. Also heutzutage macht man es ja gleich beim Ernten quasi mit. Da ist auch kein Korn. Da geht ja auch nix. Hä? Was ist denn das Bauernhaus? Vielleicht ist das beim Bauernhaus. Was ist denn das? Da. Weizen mit Anschluss Korn getroschen. Also. Bauernhaus. So, die Frage, muss ich das jetzt erweitern? Ne. Da kann ich ja gar nix manuell festlegen. Wie müsste es da eigentlich gehen? Aber hier passiert nix. Pflug, 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 pflug. So. Vielleicht wenn wir fertig sind. Wir lassen es mal laufen. Anziehen ist wahrscheinlich einfach wichtiger als Dreschen. So. Passiert hier jetzt was? Hm. Keine Ahnung. Okay, wir sind gleich fertig. Ja, das schaut mal locker. Oktober. Oktober. Ja, durch. Sehr gut. Ok. Trasht ihr jetzt? Ja! Da kommt's Korn. Dann können wir hier ein paar abziehen, weil das hat ja relativ Zeit erstmal. Ok. 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 Und der zweite ist vom Lager. Ok. Dann kann ich doch eigentlich den beim Brennholz rausnehmen. Da. Oh. Oh oh... Bären. Was mit dem Ah, Moment Eisenbachern braucht das Ich hatte doch Boah, ich glaube Eisenerz hatte ich Aber Rennerofen brauchen wir noch Okay Da wollte ich richtig scharf Einen machen Was hier hin? Ich bleib erstmal bei den Normalen, weil die waren ja auch Da bei dem Militär bemerkt Ja, wir müssen wegen den Räuber Eigentlich unsere Burg auch ein bisschen bauen Ist ja wieder falsch rum, oder? So Hey, so Ich mach erstmal Ähm, nur ein Stück Dass mit dem Material alles so klappt Was ist mit euch los? Ist da noch Brennstoff? Liegt das daran, dass hier zu wenig Im Ding ist? Mir haben wir nur noch einen Da haben wir schon zwei Lager mit dabei Familien Was machen die denn so? Naja, okay Wir machen noch eine mehr Wir gucken mal, ob sich dann alles fängt Das Bereich ist leer Ah Kräuter und Bären Können wir stoppen Ich finde die immer so schlecht Oh, aber die Tiere haben sich erholt Können wir wieder anmachen Sieht aber auch cool aus Direkt mal loslegen Ich meine, wir hatten ja Eisenerz Auch mal abgebaut Äh Ja, drei Das war ja hier, ne? Genau Gleich mal noch mal hier reinhauen Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Korn ist verfügbar Müsst die Mühle doch arbeiten Ja, die Mühle arbeitet Gucken wir uns auf den Ofen Na, jetzt wird's klapp mit den Familien Das reicht aber alles noch hier Komm, wir machen's mal Pause Da gibt's Zuschauer, ihr Lieben Macht's gut Ciao, ciao Subscribe Bonus Oh, ciao Vielen Dank.